Das ist Andreas. Andreas ist ein stolzer Inhaber eines tollen Kaffees. Café Andreas. Er liebt seine Arbeit und die Kunden merken das an der Qualität und dem fairen Preis seiner Produkte. Andreas' Kunden kommen gerne zu Andreas. Gerne möchte Andreas noch mehr Menschen von seinem Kaffee und Kuchen übergeistern. Daher macht er Werbung. Per Anzeige, per Plakat und sogar per Radiospot. Leider ist solche Werbung recht teuer. Ob dadurch wirklich neue Kunden kommen, kann Andreas nur schwer abschätzen. Von einem anderen Unternehmer erfährt Andreas von kundenschatz.de. Nach einer kleinen Recherche und einem netten Gespräch mit dem kundenschatz.de-Team entscheidet sich Andreas, den Service von kundenschatz.de in Anspruch zu nehmen. Ein Risiko gibt es für ihn dabei nicht, denn für ihn ist der Service im Prinzip kostenlos. kundenschatz.de installiert in Andreas' Café ein geheimnisvolles Objekt, welches neue Kunden magisch anzieht. Die Leute erfahren im Internet, dass bei Andreas ein solches Objekt steht. Dafür hat kundenschatz.de gesorgt. Jeden Tag kommen Menschen und wollen das Objekt öffnen. Das Tolle an der Sache ist, dass sich das Objekt nur mit einem Heißgetränk von Andreas öffnen lässt. Jeder, der den Kasten öffnen möchte, muss bei Andreas einen Kaffee kaufen. Die Leute probieren seinen leckeren Kaffee und werden schnell zu Stammkunden. Andreas freut sich, denn er erhält von kundenschatz eine ausführliche Auswertung. Er weiß genau, wann wie viele Personen durch kundenschatz.de in sein Geschäft gekommen sind. Einrichtungsgebühren gab es keine. Andreas zahlt nur eine kleine Gebühr für jeden neuen Kunden, die aber viel geringer ist, als die Gewinnspanne, die Andreas an einem Kaffee hat. So ist die Werbung für ihn quasi kostenlos. Wenn keiner kommt, hat er keine Kosten. Endlich einmal Marketing, was absolut transparent und kosteneffizient ist. Da Andreas und seine Familie noch andere Geschäfte besitzen, wird er auch dort mit kundenschatz.de zusammenarbeiten. Denn dies ist bei fast jedem Produkt möglich und für ihn völlig risikofrei. Möchten Sie auch mehr Kunden? Dann kontaktieren Sie uns kostenlos unter 0800 4343 461 oder besuchen Sie uns unter kundenschatz.de und dann kommen Sie uns unter kundenschatz.de